Linda, ich möchte ein Gemälde für einen Hund bestellen, den ich hasse. Was? Er bellt jeden Tag. Ich habe zweimal die Polizei gerufen. Warum willst du dann ein Gemälde für ihn? Mein Nachbar kann das böse Verhalten dieser Rasserunde nicht ertragen und plant Esel zu verlassen. Also adoptierte ich ihn. Aber du hast Esel, oder? Ja, aber Beaglist sind eigentlich sehr erbärmlich. Du weißt, dass es Versuchshunde sind, oder? Esel auch. Oh, er muss viel durchgemacht haben. Weil sie geringe Schmerzen, hohen Gehorsam und Nähe zu Menschen haben, bringen diese Vorteile ihnen auch Schmerzen. Viele unglückliche Beaglist, die nicht adoptiert wurden, starben im Labor. Was für eine Ironie. Das Ironischste ist, dass ich Kosmetik verkaufe. Vielleicht wurden der Lippenstift und die Kosmetik, die sie verwenden, alle aus den Ergebnissen ihrer Experimente gewonnen. Ich möchte jetzt auch einen Beagle adoptieren. M. Wenn du akzeptieren kannst, dass dein Haustier wie ein Esel klingt und gerne scheiße ist.